1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 So ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unsere Ausgabe von Donnerstag auf Freitag und unser Thema heute Nacht heißt Sommergeschichten. Ich möchte gerne mit euch reden über Dinge, die euch in den letzten, sagen wir mal, 6 oder 8 Wochen, also so im vergangenen Sommer, passiert sind. Traurige Sachen, schöne Sachen, Dinge, mit denen ihr überhaupt nicht gerechnet habt. Skurrile Sachen, vielleicht auch witzige und ganz ungewöhnliche Dinge. Sommergeschichten 2006. Wenn ihr mir gerne eure Geschichte erzählen wollt, sehr gerne. Meldet euch bei mir, bei uns unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50, kostenfrei. Oder mailt unter domian.wdr.de Und wenn ihr mailt, bitte die Telefonnummer unbedingt draufschreiben. So, die erste Anruferin ist die Tanja. Und Tanja ist 36 Jahre alt. Hallo Tanja. Ja, hallo Domian, grüß dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Deine Sommergeschichte. Was ist passiert? Ja, was ist passiert? Also mein Mann hat seine Jugendliebe vergangenes Jahr wieder getroffen, also seine erste große Liebe. Ja. Und waren dann eigentlich so zu dritt befreundet. Ja. Und irgendwann hatte ich dann so den Verdacht, Moment mal, zwischen den beiden ist etwas mehr wie einfach nur Freundschaft. Mhm. Ja, aber irgendwo die Angst gehabt, sie beide drauf anzusprechen, einfach die Angst vor der Wahrheit. Woran hast du es gemerkt? An Zwischenmenschigkeiten, an Blicke, an Gestiken, an Berührungen. Mhm. Weißt du, so als Frau, irgendwann spürt man das Gefühl und sagst so, da ist mehr, da stimmt was. Ja. Ja, und haben dann eigentlich ein schönes Wochenende miteinander verbracht, wir drei. Mhm. Und war dann eigentlich auf einem Standpunkt, jetzt musst du irgendwie gucken, dass was kommt. Ja. Hab dann eigentlich ziemlich böse über meine jetzige beste Freundin abgelästert, aber nicht um sie weh zu tun, sondern um einfach gegenüber meinem Mann irgendwo eine Reaktion zu erwarten. Einfach um zu sehen, wie verhält er sich. Ja. Ja, und dann meinte er dann auf einmal, dann setz dich mal, ich hab dir was zu erzählen. Ja, und dann erzählte er mir dann, dass sie also, dass er sie gern hat, dass er sie lieben würde und dass eben halt mehr passiert ist wie nur Händchen halten. Ach du mein Gott. Das hat er dir jetzt in diesem Sommer gebeichtet? Ja. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Wir sind, wir haben Hochzeitstag gestern gehabt, 15 Jahre. 15 Jahre. Wie lange hatte er denn diese Jugendliebe nicht gesehen, bevor er sie letztes Jahr wieder getroffen hat? Ich war so, ja, 15, 12 Jahre, 13 Jahre. Waren die denn damals, was heißt Jugendliebe? Wie alt waren die beiden, als die, waren die richtig zusammen? Ja, also richtig zusammen waren sie. Die haben sich eigentlich im Kindesalter kennengelernt und ich kann also nur darstellen, was mein Mann sagt. Er hat sie also gesehen als, als, ja, als angehender Teenager und ja, und da hat es Klick gemacht und da war es dann, ne? Ja. Und wie lange hat das damals gedauert, die Verbindung? Also das ging über Jahre mit Unterbrechungen vermutlich. Also so ganz genau weiß ich da nicht drüber Bescheid. So, und jetzt, das ist ja wirklich ein Hammer, wenn man das erfährt oder als du das erfahren hast. Wie hast du denn das aufgenommen? Da muss doch für dich eine Welt zusammengebrochen sein. Also im ersten Augenblick, ich konnte gar nichts denken können. Also man hat mir im Endeffekt den Boden unter den Füßen weggerissen und ich bin erstmal in ein ganz tiefes Loch eingefallen. Ja. Hab dann auch, wie soll ich sagen, erstmal für mich eine Zeit gebraucht, überhaupt zu wissen, was will ich und wo will ich hin. Aber wie hast du denn spontan reagiert, als er das gebeichtet hat? Also ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr schnell an die Decke gehen kann. Also ich kann eigentlich schnell aus der Hose springen und in dem Augenblick habe ich einfach nur, ja, cool, lässig und ruhig reagiert und hab erstmal versucht, das aufzunehmen oder das zu verstehen, was da gerade passiert ist, ne? Mhm. Wie viele Wochen sind jetzt vergangen seit der Beichte? Am Dienstag waren es neun Wochen. Ja. Wie ist der Stand der Dinge heute? Ja, das hat sich also ganz komisch entwickelt. Ich, also die Ulla hat sich, also auch in der ersten Zeit, sie ist mir wichtig geworden. Und, ähm, wir sind ein Swingerpärchen. Ach so. Und eigentlich von, von der war er eigentlich schon auf einem festen Boden irgendwo. Ja. Ja, und hab mich irgendwo auch in Ulla verguckt. Ach. Weil, ähm, es sind die Ansätze bei mir da. Also, wir halten... Ganz verzweigt ist das. Wir halten mal fest. Ulla, Ulla ist die, diese Ex von... Ja, ganz genau. Ach, du hast dich in Ulla auch verguckt? Ja, also, das hat sich dann also... Also, es ist ganz verzweigt und ganz kompliziert und... Hat sich denn, hat sich denn Ulla auch in dich verguckt? Ähm, als Freundin ja, aber mehr nein. Hm. Ja. Also, das ist ja wirklich verzweigt, das Ganze. Äh, weiß, wissen die beiden, dass du dich in Ulla verguckt hast? Ja, da bin ich ganz offen und ehrlich mit umgegangen. Wie findet dein Mann das denn? Schön. Schön, ja, für ihn ist es natürlich angenehm, ne? Ja. Er hat... Er... Was ist denn seine Position? Gut, er hat ja gebeichtet, dass, dass da mehr wieder ist mit der Ex. Äh, was möchte er denn? Hat er gesagt, dass er sich von dir trennen wollte oder will er wirklich beide haben? Also, äh, er will beide haben. Also, eine Trennung steht für uns beide, also, ganz außer Sicht. Also, da haben wir uns eindeutig ausgesprochen. Mhm. Und, ähm, da ist auch Vertrauen auch wieder voll da. Also, von meiner Warte her ist auch keine Eifersucht oder sonstiges im Spiel. Du sagst, ihr seid ein Swinger-Pärchen. Ja. War denn Ulla schon mal mit euch im Swinger-Club? Nein, also, ähm, überhaupt nicht. Ne, kann sie sich auch im Grunde genommen gar nicht vorstellen. Also, das ist ein Leben, was ich mit meinem Mann, also, eine Zeit lang sehr intensiv geführt habe. Aber es schläft manchmal ein. Man hat seinen Job und Familie und bla, bla, bla. Und, ähm, ja, nur, jetzt haben wir ein Problem, ne? Wir lieben im Endeffekt. Gab es denn schon mal, äh, Erotik zu dritt, wenn auch ihr Frauen nicht direkt, direkt was miteinander gemacht habt? Habt ihr schon mal zu dritt im Bett gelegen? Ähm, im Bett gelegen, ja, aber es ist nichts passiert. Mhm. Ähm, wie soll es jetzt weitergehen? Ja, das ist eine gute Frage, Domian. Das habe ich also, also am Wochenende beide, beide gefragt. Ich sage, wie stellt ihr euch das vor? Mhm. Weil ich bin da so echt bereit, äh, meinen Mann in dem Augenblick mit Ulla zu teilen. Ja. Also, also komplett zu teilen, also wirklich auch den letzten Schritt zu gehen. Also, du bist bereit zu teilen. Dein Mann möchte euch beide haben. Ja. Was will Ulla? Wichtige Frage. Ja, das habe ich sie auch gefragt. Mhm. Und was sagt sie? Eine konkrete Antwort habe ich nicht bekommen. Also, das liegt alles noch irgendwie im Nebel. Ja. Also, sie möchte uns als Freunde haben. Ich muss dabei sagen, wir sind im Moment in so einer Dreiebeziehung. Also, wir übernachten, sie bei uns, wir bei ihr. Wir verbringen den Tag, also die Freizeit komplett miteinander. Keine Spannungen zwischen euch? Nein. Nein, also auf der Basis überhaupt. Haben denn die beiden, haben die Sex miteinander? Dein Mann? Nein. Auch nicht? Achso. Nein. Aber die würden gerne. Bitte? Die würden gerne mal. Ja, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist denn da eine Chance, dass Ulla vielleicht auch ganz verschüttet ihre bisexuelle Ader noch entdeckt und dass sie auf dich zugehen könnte? Ich sage mal so, ich hoffe es, erwarte es aber nicht. Das wäre natürlich das Ideale, ne? Dann könntet ihr eine gute, tolle Dreierbeziehung führen und alles wäre im Butter. Das wäre, ich sage mal, dann könnte ich mir sogar vorstellen, gemeinsam alt zu werden. Aber im Moment ist da also dieser Zwiegfall drin, möchte ich von, also jetzt von ihrer Seite, ich will, ich will nicht, ich kann mir das vorstellen, ich kann mir das nicht vorstellen. Also nur, weißt du, irgendwann will ich eine Entscheidung haben, weil ich irgendwo nach vorne gucken will. Ich will endlich wieder auf meinen Füßen stehen und Leben leben. Das heißt, sie muss eine Entscheidung, sie muss es im Prinzip sagen, was sie will. Ganz genau. Sie muss es sagen. Wie lange hast du dir, hast du dir irgendwie eine Zeit noch so gegeben, wo du sagst, solange halte ich noch still und dann fange ich an, Druck zu machen? Nein, eigentlich nicht, eigentlich nicht. Also so selber jetzt mir eine Zeit gesetzt. Ist vielleicht auch gar nicht so nötig. Vielleicht sollte da das Ganze ja noch sehr harmonisch läuft zwischen euch. und sie weiß ja, dass sie eine Stellung beziehen muss, die Ulla. Ja, auf jeden Fall. Kann man ja hoffen, dass sich das vielleicht im Laufe der nächsten Monate, Wochen, Monate sich ergibt und dass irgendwie eine Lösung gefunden wird, wie immer die dann auch aussehen mag. In der Hoffnung, ich habe die Hoffnung, dass ihr alle drei dabei gut wegkommt. Ja, also wir können nicht ohne, wir können nicht miteinander, ich weiß gar nicht, das sind Gefühle, das sind Emotionen und das geht durch und durch und stellenweise. Ich verliere irgendwo und langsam die Kraft, weißt du, ich... Wir können ja mal so verbleiben, Tanja. Halt uns doch mal auf dem Laufenden. Ja, mache ich gerne. Ich würde dann nochmal gerne mit dir telefonieren, wenn da irgendwie ein neuer Aspekt in die Geschichte kommt und dann können wir nochmal beraten, was zu tun ist. Ja, okay, mache ich gerne, Domian. Dann mail uns bitte, das ist die beste Möglichkeit, rasch zu uns durchzukommen. Mache ich, werde ich tun, okay. Okay, dann bin ich gespannt, wie sich das entwickelt und würde dann sagen, bis die Tage mal, bis wir wieder telefonieren. Okay, dann wünsche ich dir noch eine schöne Sendung und noch eine ruhige Nacht, ja. Dankeschön. Tschüss, Tanja. Alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zugeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Sommergeschichten. Ich möchte gerne mit euch sprechen, was im Sommer, in diesem Sommer 2006, sagen wir mal so die letzten sechs, acht, neun Wochen ungefähr, in eurem Leben passiert ist, an Schönem oder auch an sehr Traurigen, an Dingen, die ihr so gar nicht erwartet hattet und die dann eingetroffen sind, vielleicht auch ganz absurde Sachen, vielleicht auch ganz witzige Sachen, die, mit denen ihr auch überhaupt nicht gerechnet hättet. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian.wdr.de. Meine nächste Anruferin, das ist die Katharina und Katharina ist 21 Jahre alt. Hallo Katharina. Hallo. Hallo. Ja, Katharina, was ist bei dir passiert im Sommer 2006? Ja, mein Sommer 2006 fing eigentlich erst ganz schön an, bis meine Mutter routinemäßig zum Arzt musste, so Blutuntersuchungen und was es halt so alles gibt. Und dann nach einigen Tests rauskam, dass sie Blutkrebs hat. Wie weit fortgeschritten? Noch nicht so weit, also wäre es später erkannt geworden, dann wäre es in Leukämie umgeschlagen. Ja. Wie alt ist deine Mama? Die ist jetzt 52. 52? Ja. Wie hat sie diese Diagnose aufgenommen? Das weiß ich halt nicht, weil sie hat es mir erst später gesagt, nachdem sie es schon fast eine Woche wusste. Achso. Das heißt, sie hat die erste Zeit vor mir komplett verheimlicht und versteckt und mittlerweile ist es aber so, dass sie extrem fast locker damit umgeht und der ganzen Sache auf jeden Fall sehr gelassen entgegensieht und eigentlich auch überhaupt keine Zweifel hat, dass sie es nicht schaffen könnte oder so. Wie sieht denn die medizinische Behandlung aus? Ist die schon im Gange oder steht die erst noch an? Ne, die hatte jetzt schon die zwei Chemotherapien und jetzt kommt dann Ende des Monats die nächste. Wie hat sie die Chemotherapien verkraftet? Wie hat sie die vertragen? Das war kein Problem. Also es geht ihr soweit auch ganz gut und sie ist körperlich recht fit. Ja. Also die Prognose ist von Seiten der Ärzte, dass das, wenn das recht früh erkannt wurde, sind die Chancen sehr, sehr groß, dass man es in den Griff bekommt. Ja. Dennoch ist das natürlich ein absoluter Schuss vom Bug. Das erschüttert einen enorm, wenn man so eine Diagnose entweder selbst gesagt bekommt oder wenn ein enger Angehöriger damit konfrontiert wird. Wie war das denn für dich, als sie dir das gesagt hat? Ich bin dann der Mensch, ich block dann erstmal total ab. Das heißt, ich habe, also sie hat mir halt gesagt, dass sie diese Form von Krebs hat, dass das aber heilbar ist. Und dann, also ich habe mich erstmal in meinem Zimmer nicht verbarrikadiert, aber ich wollte erstmal Abstand haben und habe auch irgendwie überhaupt keiner und nichts angelassen und musste erstmal wirklich ein paar Tage alleine damit klarkommen, bevor ich dann überhaupt irgendjemand gesagt habe, was los ist. Wie ist es im Rest der Familie? Gibt es Geschwister? Ja, also ich habe einen älteren Bruder. Redet ihr gemeinsam auch darüber? Ja. Und der ist aber in Berlin am Studieren und der hat halt eine ziemliche Entfernung jetzt zu dem Ganzen dadurch und hat damit auch irgendwie einen ganz anderen Umgang, weil er nicht täglich mit der ganzen Situation konfrontiert wird. Wohnst du denn noch im Elternhaus? Ich wohne noch im Elternhaus und ziehe jetzt dann im Oktober um zum Studium. Ah ja. Und der Vater, wie hat er das aufgefasst und aufgenommen? Ich weiß es nicht. Also ich denke, es hat ihn ziemlich mitgenommen. Aber er zeigt halt auch nicht viel von seinen Gefühlen. Ja. Also die Stimmung, sagst du, bei deiner Mutter ist gut. Ja, bei meiner Mutter auf jeden Fall. Die geht da sehr locker damit. Glaubst du, dass das ehrlich ist oder will sie einfach nur vor euch oder vor dir als Kind so die Lockere und Starke spielen? Ähm, ich glaube, ein Großteil ist schon ehrlich. Ist schon ehrlich. Aufgrund, weil es eine begründete Hoffnung gibt, dass das wieder alles gut wird. Ja. Wie viel, äh, was muss sie jetzt noch machen? Muss sie, du hast gesagt, es gibt noch eine Chemotherapie? Ja, also, ähm, die kriegt jetzt noch zweimal, ähm, Chemotherapie hier in einem Krankenhaus und dann ist sie für ein bis zwei Monate in Essen in einer Spezialabteilung, ähm, wo ihr dann im Prinzip die kompletten Stammzellen entzogen werden und die Kranken rausgefiltert werden und sie nur die zurückbekommt. Ja. Wann kann man denn sagen, äh, ich weiß das bei dieser Erkrankung nicht, weil Krebs an sich dauert das ja immer sehr lange, aber wie ist es bei diesem Krebs? Wann kann man sagen, äh, sie, äh, sie hat's geschafft, sie hat's wirklich geschafft? Weißt du das? Ähm, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Mhm. Kann man ja wirklich nur die Daumen halten, dass das wirklich so den Prognosen gemäß der Ärzte alles verläuft? Ja. Hast du denn jetzt irgendwie so aufgrund, das ist ja schon ein Schock, den man als Kind dann erlebt, irgendwie ein bisschen anders über deine Mutter gedacht? Oder wenn man zum ersten Mal darüber nachdenkt, man könnte einen Elternteil verlieren, äh, denkt man ja, wenn man das zum ersten Mal so richtig ernsthaft realisiert, dann denkt man ja über viele Dinge anders. Gibt es da Sachen, die du vielleicht anders siehst jetzt schon? Ja, ähm, es war auf jeden Fall so, dass ich vorher nicht so viel mit meiner Mutter irgendwie gemacht hab und, ähm, durch die Situation war es jetzt schon so, dass ich versucht hab, ein bisschen wieder Kontakt zu ihr zu suchen und... Also war das Verhältnis nicht so sehr gut vorher? Nee. Nee. Also es war halt eher so, ja, fast so wie G-mäßig hier, aber nicht so wie Familie. Und das hat sich jetzt ein bisschen angenähert wieder? Ja, ein bisschen. Ist ja auch eine gute Nebenwirkung von der ganzen Sache. Immer so mit dem Hintergedanken, sie könnte auch plötzlich weg sein. Ja. Und dann hat man keine Mutter mehr. Ja. Mhm. Mensch, Katharina, grüß ganz herzlich und ganz lieb deine Mama von mir. Ja, mach ich. Und wünsche ihr alles Glück und, äh, die besten Genesungswünsche von mir. Ja. Damit sie gut über den Berg kommt und das dann alles bald hoffentlich vergessen sein wird, die Sache. Vielen, vielen lieben Dank. Alles Gute. Okay. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50. 50, die Nummer hat auch die Ingeborg gewählt. Und Ingeborg ist 62 Jahre alt. Hallo Ingeborg. Hallo Domian. Hallo Ingeborg. Ja, schön, dass du da bist. Ich bin so toll, dass ich dir mal wirklich gegenüber bin. Ich bin seit Beginn deiner Zeit. Ist das wahr? Abhänger von dir seit über zehn Jahren. Also ein ganz ausdauernder Fan. Ja, ganz ausdauernd. Und eigentlich jeden Abend. Toll. Freut mich sehr. Ja, jetzt hast du angerufen zu den Sommergeschichten 2006. Ja. Was ist passiert? Ich habe diesmal mal eine erfreuliche bei all dem vielen Kummer, den du so hörst. Und zwar hat in diesem Sommer, in meinem Sommerurlaub in Dänemark, meine Hündin einem kleinen Kind das Leben gerettet. Ach, wie das? Erzähl die Geschichte. Ja, das ist wirklich eine Geschichte. Und zwar ganz kurz vor, ich habe vor zwei Jahren aus dem Tierheim eine rumänische Straßenhündin geholt, die mit sehr, sehr viel Mühe und Fürsorge und Liebe erst mal überhaupt wieder ins Leben zurückgeführt werden musste. Was ist, erklär mal die Rasse genau, das kenne ich nicht. Ja, Rasse ist gut, du, das ist ein Feld bei diesen Straßenhündin. Ach so, ein Mischling. Also wir sagen zu Hause mal ein heiß gewaschener Schäferhund. Ach so, ah ja. Also von der Groß zu so wie ein Schäferhund, kann man sagen. Ja, etwas kleiner, etwas tierlicher, aber sie hat also auch Wolfserbe. Ja, ah ja. Also ein sehr interessantes, sehr intelligentes Tier. Also du hast es alles erst so richtig rausgekommen in der Pflege. Du hast sie aufgepäppelt. Ja. Und ich habe sie dann eben mit auch natürlich in Urlaub genommen. Und dieses Land ist ja nun sowieso sehr hundefreundlich. Und sie ist da richtig aufgelebt. Und wir wohnen oberhalb eines Put-and-Take-Sees. Immer, ich bin schon seit zwölf Jahren da. Und das ist ein Anglersee, wo so Forellen drin ausgesetzt sind. Ich gehe immer abends gern dort mal eine Runde, weil da große Wiesen sind, wo sie rumtoben kann. Und wo auch Kinder gerne mit ihr spielen und so, weil sie sehr kinderlieb ist. Und einen Abend gehe ich los. Und ich gehe über den Parkplatz und da höre ich so einen gellenden Schrei. Und mir nicht, ich habe als Mensch da gar nichts draus gemacht. Ja. Und sie reißt, ich wollte sie sowieso gerade abgemachen von alleine, da reißt sie sich los und rennt straks los. Ja. In eine ganz bestimmte Richtung. Ja. Also Tiere spüren ja auch mehr. Die haben in dem Schrei schon was gehört. Eine Angst vielleicht. Ja. Eine Todesangst. Ja, eine Todesangst, ja. Und wie ich näher kam, da war ich schon aufgeregt von allen Seiten, die Angler zusammenlaufen. Aber die waren eben nicht so schnell gewesen, weil der See sehr breit ist. Die mussten erst drumherum kommen. Und da war ein ganz kleines, 13 Monate altes Kind, das gerade laufen gelernt hatte. Ja. Das war an diesem See so hingetapert regelrecht. Ja. Und das war wie Strand unten, also ganz flach, damit da die Angler stehen konnten. Das hätte sich an sich wieder aufrichten können, aber es war einfach zu erschrocken und zu hilflos. Das war also... Das war mit dem Gesicht nach vorne in dieses seichte Wasser gefallen. Und hatte währenddessen noch einen Schrei von sich geben können. Ja, hatte dabei beim Umfallen vor Angst einmal aufgesogen und lag dann da wie leblos. Ja. Und da ist sie bis zum Bauch ins Wasser, und ich muss dazu sagen, sie ist furchtbar wasserscheu, ist bis zum Bauch ins Wasser und hat dann dieses Kind intelligenterweise am Hemdchen gepackt. Ach. Denn wenn sie es am Höschen gepackt hätte, dann hätten die Leute gesagt, dann hätte sie das ja aufgezogen. Ja, ja. Es hätte das Kind ja auch nicht gekriegt. Sie hat es also am Hemdchen gepackt und dann rückwärts, wie so ein geübter Retter, ist so rausgestiefelt drin, hat das hinter sich hergezogen. Man hat das Kind hinter sich hergezogen, ohne das Kind irgendwie zu verletzen. Überhaupt nicht. Es hatte es nur am Hemdchen. An das Hemdchen? Ja, das ist ja toll. Ja. Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte. Und du hast so etwas nie mit ihr mal trainiert? Nein, nein, überhaupt nicht. Das heißt, der Hund hat das von sich aus so gemacht. Sie hat das Notwendigste beigebracht. Jetzt muss ich mal fragen, mit den Anglern, wie weit waren die denn weg? Also die waren inzwischen ran, aber sie war schneller. Sie war schneller. Ja, sie war schneller. Und das kam ja, das haben ja auch hinterher die Männer gesagt, wäre ja auf Sekunden angekommen. Das ist ja völlig verrückt. Und die Eltern? Dann hatte sie das Kind aber schon auch noch auf den Rücken gelegt, denn das lag ja mit dem Gesicht unten. Ja. Sie hatte es umgedreht und leckte es ab, nach allen Regeln der Kunst. Aber das Kind war nicht bewusstlos? Nein, aber es hat auch nichts gesagt. Es hatte wohl einen Schock. Einen Schock, ja. Aber da müssen doch auch die Eltern in der Nähe gewesen sein. Ja, die waren sturzbesoffen. Ach du. Ehrlich? Und so ein kleines Kind lassen die dann da rum? Ja, die saßen am Rand. Aber spätestens da waren sie nicht mehr besoffen, als sie das gesehen haben. Nein, nein, die wurden ganz munter. Und die Angler haben ihnen noch einmalweise das kalte Seewasser über den Kopf gegossen vor lauter Wut. Zu Recht, zu Recht. Ist das Kind denn, ist denn alles gut? Hast du irgendwie einen Tatsch? Nein, also wir haben das also eine ganze Zeit verfolgt. Sie haben auch einen Krankenwagen gerufen. Und sie haben das, also wie gesagt, sie hat dann in der ganzen Zeit das Kind geputzt. Und dann fing es auch wieder an zu schreien. Ja. Und das Süße war, das hat dann, wie es die Augen aufschlug, sich um ihren Hals geklammert und hat immer da, da gebrüllt. Und das hieß, das haben mir die Eltern hinterher erzählt, Teddy. Teddy. Hör mal, da hast du aber wirklich einen tollen Hund. Ja. Was hat sie denn zur Belohnung bekommen? Ach na ja, erstmal haben sie in dem benachbarten Kaufmann sofort, also erstmal Würsteweise geholt, so viel, dass ihnen der schlecht war. Ja, und dann wollten sie sie auf den Schultern raustragen, da hatte sie natürlich eine Todesangst, das ging nicht. Also, weißt du, ich bin da so erstaunt und so freudig erstaunt darüber, was so ein Tier intuitiv tut. Ja, ja. Ohne, wenn man das einem Tier antrainiert, okay, dann kann man sagen, ist ein Rettungshund oder so. Aber das Tier hat noch nie sowas gemacht und ist zudem auch noch Wasserscheu, wie du sagst. Ja. Und packt dieses kleine Kind dann an der richtigen Stelle und zieht es raus. Super. Ja, also das war für mich auch unglaublich, muss ich sagen. Und dann haben sie noch einen Rundfunk und das Fernsehen benachrichtet und sind wir noch in die Zeitung gekommen. Weil der richtige Star ist in Dänemark jetzt. Ja, ja, genau. Wie heißt der Hund? Bella. Bella. Die Bella. Ist ein Hundemädchen und sie ist unglaublich lieb. Und sie hat sich inzwischen hier auch wie so ein Therapiehund entwickelt. Sie kümmert sich ständig um irgendwelche Menschen, die behindert sind. Also hat der Hund... Wahrscheinlich hat sie so viel Leid erlebt vorher. Ja, hat der Hund ein gutes Herz. Ja. So kann man es sagen. Ja. Tolle Geschichte, Ingeborg. Schön, dass du angerufen hast und schön, dass du sie erzählt hast. Ja, ich hatte es gehofft. Ich dachte, du hörst so viel Unglück. Ja. Bist du mal auch was Schönes hören. Aber sehr gerne und das war auch sehr schön. So, dann hoffe ich, dass du mir die nächsten 20 Jahre und die nächsten 10 Jahre auch treu bleibst. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist sehr schön. Und dir Liebe, alles Liebe und alles Gute, Ingeborg. Dankeschön. Und dir auch. Mach weiter so. Du bist unerreicht. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war die Ingeborg. Und weiter geht es mit der Verena. Verena ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Verena. Hi. Sommergeschichten. Ja, genau. Was ist passiert? Ich war Sommer-Au-Pair in den USA. Also in der Nähe von New York war ich bei einer Gastfamilie. Und es ist ja so, dass man auf Kinder aufpassen muss. Und die Gastfamilie hat eine dreijährige Tochter, die muss sich aufpassen. Aber kurz gesagt, das war eine Katastrophe. Wie lange warst du denn da? Ähm, ich sollte eigentlich 300 Monate da sein bis Ende September. Ich war jetzt von Ende Mai bis Anfang August war ich jetzt da. Und es war eine Katastrophe, sagst du? Äh, ja. Warum war es eine Katastrophe? Am Anfang schon. Ähm, die Familie, die war einfach ganz schlimm. Also die haben mich behandelt wie den letzten Dreck, sag ich jetzt mal. Ähm, die liefen rum wie der letzte Dreck. Die Wohnung, die war verdreckt, unordentlich. Das war ganz schlimm. Ähm, also ich war eigentlich nur dafür da, um auf das Kind aufzupassen. Das heißt, die waren auch unfreundlich zu dir? Ja. Ja, also am Anfang, also man hat also von Anfang an gemerkt, dass da irgendwie was nicht stimmt. Dass da so eine Distanz da ist. Wir sind überhaupt nicht warm geworden. Ähm, wir langen überhaupt nicht auf einer Wellenlänge oder sowas. Ähm, ich habe von Anfang an schon so ein ungutes Gefühl gehabt. Und, ähm, am Anfang ging es noch. Jeder war irgendwie freundlich. Aber das, mit der Zeit ging es dann nicht mehr irgendwann. Ähm, also normalerweise die Aufgabe vom OP ist es ja, aufs Kind aufzupassen. Und, äh, alle Sachen zu erledigen, die mit dem Kind zu tun haben. Ähm, so, aber die wollten mich jetzt als Putzfrau haben. Ich sollte das ganze Haus sauber machen. Ich sollte wirklich, ähm, mehr Stunden machen, als ich sollte. Ähm, bis 11 Uhr abends, weil das Kind ist immer bis 11 Uhr abends aufgeblieben mit drei Jahren. Ist auch sehr lang. Ich durfte aufstellen, wenn es wollte. Mhm. Und, ähm, ich musste jeden Abend Essen für die ganze Familie machen und, und, und. Und, äh, durfte viele Sachen nicht, andere Au-pairs durften. Ich durfte kein Auto benutzen. Ich habe mein gesamtes Geld für Taxi ausgegeben. Sag mal, diese, ich bin da nicht sehr informiert, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass diese Au-pair-Organisationen doch das immer vorrecherchieren und die Familien sich auch angucken. War das bei dir nicht so? Doch, eigentlich schon. Aber die Agentur mit der habe ich auch noch schlechte Erfahrungen gehabt. Ach so. Also, die haben sich nicht wirklich gekümmert. Ach so. Die haben jetzt ganz viele Ansprüche an das Au-pair gehabt. Ja. Aber nicht so an die Familie. Ich habe den Eindruck, dass die Familie, die muss nur Geld haben und ein eigenes Zimmer fürs Au-pair. Und das war's. Also, du, wenn man ein Au-pair macht, bekommt man selbst keine Kohle, ne? Doch, ich habe jetzt noch 140 Dollar die Woche gekriegt. Ach so, 140 Dollar, naja. So als Taschengeld, genau. Aber dafür muss ich auch 45 Stunden die Woche arbeiten. Unterzeichnet man da vorher eigentlich einen Vertrag, aus dem man auch nicht so schnell rauskommt? Oder wie geht das? Genau, also was man alles für Pflichten hat und so weiter. Und eigentlich muss ich die Familie auch daran halten, zum Beispiel, dass man nicht länger als 45 Stunden arbeiten darf die Woche. Ja. Oder, keine Ahnung, dass man bestimmt kein Märzessen man kauft, da gab es auch mal Probleme mit dem Essen und sowas. Und dass man halt nicht die Putzhilfe ist, sondern nur auf das Kind aufpasst und solche Sachen. Nun bist du ja früher nach Hause gekommen. Gab es da Ärger? Musst du da irgendeine Strafe zahlen? Zum Glück nicht, aber beinahe. Also, das war echt... Es gab Ärger. Ja, also. Das ist irgendwann eskalierte Situation. Ich mache das jetzt mal kurz, weil das wird so noch zu lange dauern. Aber die Familie hat nachher noch ein zweites Au-pair bekommen aus Polen. Die wollte dann ja da bleiben. Und okay, zwei Au-pairs für ein Kind. Wir sollten da quasi rund um die Uhr dann arbeiten, mehr oder weniger. Und das andere Au-pair hat einen kleinen Fehler gemacht. Und dafür, ich kam dann irgendwann morgens, sonntags morgens, kam ich die Treppe runter und auch gar nicht wach. Und dann schreit die Gastmutter mich an in einer Lautstärke. Also sowas habe ich echt noch nicht erlebt, wirklich. Und ich so, hallo, was kann ich überhaupt noch falsch gemacht haben? Und dann hat sie sich drüber aufgeregt, dass das andere Au-pair einen Fehler gemacht hat. Und was wir uns eigentlich einbilden und überhaupt. Und das war bei der Kragen geplatzt. Ich habe immer die Zähne zusammengebissen. Ich habe echt viel mehr gemacht, als ich musste. Weil ich wollte einfach einen Frieden bewahren. Ich wollte es irgendwie durchziehen. Aber... Also da ist es richtig eskaliert. Da gab es richtigen Streit. Und da hast du gesagt, ich habe die Faxen dicke. Ich gehe. Genau. Musstest du eine Strafe zahlen, einen Vertragsstab? Nee, das nicht. Nee, muss ich nicht. Man kann also dann, wenn man keine Lust mehr hat, kann man auch gehen. Nee, eigentlich nicht. Wenn man sagt, ich habe keine Lust mehr, ich habe Heimweh, dann muss man Strafbezahlen, dann muss man Flug selber bezahlen und alles. Achso. Und wie war das jetzt in deinem Fall? Du bist ja früher gegangen. Und ich war in der Familie... Nee, wie war es denn in deinem Fall? Musstest du irgendwas zahlen? Nee, muss ich nicht. Musstest du nicht? Nee. Ja. Genau. Und zwar die Familie, die hat nämlich bei der Betreuerin angerufen. Wir hatten so eine Betreuerin da vor Ort. Ja. Und ich habe denen dann auch die Meinung gesagt, dass ich mir das nicht mehr gefallen lasse und so weiter. Und dann haben die gesagt, okay, die wollen wir jetzt nicht mehr. Aber ich habe zur selben Zeit auch gesagt, ich will nicht mehr. Und wir haben dann unabhängig voneinander bei der Betreuerin angerufen. Und beide haben gesagt, wir wollen nicht mehr. War das dann klar. Und das habe ich dann auch von der Betreuerin erfahren, dass die mich nicht mehr wollten. Wir haben seitdem kein Wort mehr miteinander geredet. Und ich habe dann innerhalb von ein paar Stunden meine Sachen gepackt und wollte nur noch raus aus dem Haus. Ich wollte nur noch raus. Ich konnte keine Minute mehr länger da bleiben. Es ging einfach nicht mehr. Und schnell weg aus Amerika, schnell weg aus New York und nach... Genau. Ich hatte so die Schnauze voll. Ich dachte, wenn das Amerika ist, okay, super. Nochmal, nochmal würdest du es nochmal machen, irgendwo anders hin? Nicht mehr mit Au-pair. Nicht als Au-pair. Auf gar keinen Fall. Vielleicht sind andere Agenturen besser, aber ich habe schlechte Erfahrungen. Andere haben auch bessere Erfahrungen, aber... Aber du hast vorher oder früher so etwas auch noch nie gemacht? Nee. Nee, das war der erste Versuch. Und der erste Versuch ist gescheitert. Genau. Bei anderen Au-pairs ist es auch alles glatt gelaufen, aber bei mir Katastrophe. Dann war es kein schöner Sommer. Das hat sich nachher noch geändert. Und zwar, seit dem Tag, wo ich da raus bin, ging es mir besser. Ja, das glaube ich dann schon. Ja, klar. Aber während der Zeit dann nicht. Genau. Also, du bist dann? Ja, ich bin dann noch drei Wochen in Amerika geblieben. Und zwar, ich dachte, ich wusste überhaupt nicht wohin. Ich dachte, ich gehe zum Flughafen, ich stand auf der Straße, ich wusste nicht wohin, keine Ahnung. Und dann habe ich durch Zufall einen auf der Straße kennengelernt in der Nachbarschaft. Sie kommt auch aus Deutschland, aus Köln, genau wie ich. Und wir haben geredet, ich habe nur noch geheult, ich war so fertig. Und dann hat sie gesagt, ja okay, ich wohne jetzt um die Ecke, kannst bei mir wohnen. Das war eine Fügung. Also, unglaublich. Wahnsinn. Und dann habt ihr beiden euch noch schöne Wochen gemacht, da unten. Ja, also ich habe dann bei ihr gewohnt und ihrem Mann, also sie hat dann einen Amerikaner geheiratet und dann ist rausgekommen. Also, ich hatte hier in Köln noch nie so eine gute Freundin, sage ich jetzt mal, wie sie. Also, wir waren echt total auf einer Wellenlänge. Wir haben die gleiche Musik gehört, also Trance- und Karnevalslieder. Also, das ist ja auch nicht gerade. Also, zwei Extreme. Etwas sehr Übles erlebt in dem Sommer und dann aber auch danach dann etwas sehr Schönes. Genau. Verena, danke für deinen Anruf und alles Gute. Und Vorsicht bei den nächsten Überlegungen, so etwas vielleicht annähernd nochmal zu machen. Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Bianca. Bianca ist 41 Jahre alt und hat sich auch zu unserem Thema Sommergeschichten hier bei uns gemeldet. Hallo, Bianca. Hallo, Jürgen. Hallo. Was ist dir passiert in dem Sommer? Ja, mein Thema ist ähnlich wie die Anruferin zu Anfang, nur nicht mit so einem netten Ausgang. Und zwar hat mein Lebensgefährte mir am 7.7. gesagt, er würde sich trennen und möchte seine türkische Arbeitskollegin heiraten. Gleich heiraten? Ja, im Oktober. Wie lange wart ihr zusammen? Zehn Jahre. Zehn Jahre? Ja. Zehn Jahre? Ja. Hat er das aus heiterem Himmel zu dir gesagt? Ja, ja, so ziemlich. Er fing eine Woche vorher so ungefähr an, er möchte sich doch wohl trennen und es gab auch, ja, wenn ich jetzt überlege, manchmal durch Kleinigkeiten streit, wo er wusste genau, dass er mich hochziehen kann. Also solche Sachen hat er dann provoziert, wenn man heute drüber nachdenkt. Und ja, wir streiten uns ja nur und ich trenne mich, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, man setzt sich doch mal hin oder redet oder versucht zumindest nochmal oder gibt nochmal Bedenkzeit oder zumindest auf Distanz. Nein, nein, nein. Ja. Dann war mir schon klar, da ist irgendwas anderes hinter. Dann ist er dann eine Woche später mit rausgekommen. Ja, es ist ein heißes Eisen, ich weiß, die ist das dritte Mal verheiratet, hat drei Kinder. Aber, ja, er möchte gerne. Ja, ist das auch gut. Und dann hat er mir noch erst den Himmel auf Erden versprochen, er würde sich darum kümmern, um diese Wohnung, weil wir noch Kündigungsfrist haben. Ja, je öfter er da war, desto weniger kam. Ich bin dann geschlagen worden und alles. Von ihm? Ja, 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 weil er nicht raus konnte. Also, er konnte nicht da bleiben bei ihr. Ich weiß nicht, türkische Eltern und die sind nicht verheiratet, noch nicht. Und er hat dich geschlagen? Ja, ja, auch gut, weil ich ruhig geblieben bin. Ich habe ihn nicht geschlagen, ich habe ihn nicht angeschrien. Ich bin ganz einfach ruhig geblieben und habe gesagt, lass uns vernünftig reden. Dafür hat er dich geschlagen? Ja. Hat er dich früher auch schon mal geschlagen in der Beziehung? Erst mal jetzt eigentlich zu meinem Geburtstag. Da hatten wir gesessen und getrunken und dann ist er anschließend, wo alle weg waren, ja, da ist er ausgerastet. Unbegründet, er fing an. Wann war denn der Geburtstag? Der war im Mai. Im Mai, im Mai. Also, viele Jahre vorher alles gut gegangen? Ja. Und dieses Jahr ist er komplett ausgerastet dann? Ja, er hatte schon mal einen Aussetzer, aber nicht jetzt in Sachen Schlangen, also so, wo man sagt, man kann halt nicht wirklich nachvollziehen, was er jetzt sagt, aber so eigentlich weiter keine Bedeutung geschenkt. Er hat am 7.7. zu dir gesagt, ich heirate diese neue Frau. Ja. Wie ist eure Beziehung im Moment? Wie läuft der Kontakt ab? Ja, mehr schlecht als recht. Ich meine, wir müssen noch, oder er muss hier auch noch einige Sachen rausholen. Ja, du bist noch in der Wohnung, in der gemeinsamen Wohnung? Leider, ich hätte gerne neu schon angefangen. Ja, und er wohnt ja schon bei der Frau? Nee, nee, die hatten sich jetzt zum 1.9. wollten die zusammenziehen und da hat sie sich, da hat sie ihn, oder sie hat mich am Sonntagabend angerufen und hat gesagt, sie hat ihn in den Wind geschossen. Och, guck. Ja, nach acht Wochen, noch nicht mal acht Wochen, 7.000 Euro Schulden. Ich meine, er wollte groß heiraten? Ja. Und nun? War das nur so der Herr gesagt, oder stimmt das wirklich? Nee, das stimmte wirklich, ja, ja. Er hat mir mal gesagt, er hätte es vielleicht zu verhindern gewusst. Er hat schnell kennengelernt, also wie sie ist. Also die Frau ist mega heftig. So was von krass habe ich noch nicht erlebt. Also das kann auch kein normaler Mensch, glaube ich, wirklich mitnehmen. Also das war gar nicht möglich, weil sie hat einen Ex-Freund gehabt, der war 30. Lass uns mal nicht über die Frau reden, sondern über dich reden. Das interessiert mich noch mehr. Ja, wie fühlst du dich denn jetzt im Moment? Du hast ja immerhin deine Beziehung verloren, die zehn Jahre gehalten hat. Ja, das ist das Problem. Ich bin zu Anfang wirklich super gut und ich habe richtig aufgelebt eigentlich, in Anführungsstrichen. Also ich habe schon zu knacken gehabt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde. Also ich habe ihn schon gehen lassen müssen, obwohl ich mit Sicherheit noch Liebe empfunden habe. Aber das war auch schon ein bisschen erloschen bei dir? Ja, eigentlich, ja. Vielleicht wusste ich auch, wo er hingeht. Ich wusste, oder ich wusste von den Erzählungen her, dass das nicht gut geht. Die Wetten liefen von den Arbeitskollegen her bis Weihnachten. Achso, du warst... Ja, der kommt wieder und hin und her. Das wollte ich nicht hören und auch nicht... Ich hatte mit gerechnet, dass es schief geht, aber nie so schnell. Und damit komme ich jetzt nicht klar. Womit kommst du nicht klar? Ja, dass es jetzt schon zu Ende ist. Warum kommst du damit nicht klar? Ja, das weiß ich nicht. Also, Frage, Grundfrage erst mal. Liebst du ihn noch? Boah, ich glaube, ganz abgeschlossen habe ich ihn noch nicht. Nein, aber mit Zusammengehen würde ich auch nie wieder, aber... Nicht so lange. Liebst du ihn noch? Da gibt es nur ein Ja oder ein Nein. Ich könnte kein Ja und kein Nein sagen. Ich weiß es nicht. Du bist unsicher. Ganz unsicher, ja. Jetzt irgendwo Gefühle wären noch da, ja? Ja klar, ist ja auch klar, wenn man zehn Jahre zusammen war, dass da noch Gefühle sind. Und würdest du wieder mit ihm zusammenleben wollen? Nein. Definitiv nicht? Nein. Würdest du gerne mit ihm eine Freundschaft haben? So wie er im Moment ist, nein, auch nicht. Auch nicht. Nein. Ja, aber dann geht ja alles schon wirklich in Richtung definitiver Trennung, ne? Ja, ist sowieso. Also, wie gesagt, er wohnt bei seinen Eltern dann schon länger und er ist also derbe auch. Und auch die Frau, was ich nicht verkraften kann, die Frau hat gespielt und ruft mich an und ist jetzt wieder zu dem Ex zurück. Weil der hat mehr Geld und weil ich mit dem Kontakt hatte, wir haben einen Kaffee getrunken, muss er anrufen bei mir und sagen, ich liebe nur diese eine Frau. Ich lösche deine Telefonnummer, ich rufe dich nicht mehr an und rufe du mich bitte nicht mehr an. Es gibt keine andere Frau für mich, die ist heftig und steht dahinter. Der Junge muss anrufen, ich sag mal Junge, weil er erst 30 ist. Bianca, weißt du, wie du redest, daraus interpretiere ich, sonst wärst du nicht so, du bist ja sehr, was diese Frau anbelangt, doch sehr empört und du redest da gerne drüber. Ich hab den Eindruck, dass du deinen Freund auch schon lange nicht mehr liebst. Sonst wärst du fertiger jetzt. Wenn du den wirklich noch geliebt hättest, vor zwei, drei Monaten, würdest du jetzt über deine Gefühle und über ihn reden und nicht ständig über die Frau. Ach so. Nein, nein, ich werfe es dir gar nicht vor. Ich interpretiere das nur so. Ist doch gut für dich, dann leidest du, wenn es nicht so. Ist doch alles wunderbar. Dann war der Schock auch nicht so gigantisch. Irgendwie hat sich das doch dann schon doch vorgezeichnet ein bisschen. Und sei es insofern, dass deine Gefühle auch nicht mehr so top waren in den letzten Jahren vielleicht oder im letzten Jahr, wie das früher mal war. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt gesagt, also ich wäre mit dem Mann bis zum Ende gegangen. Also das war vielleicht, also für mich schon, also eigentlich haben wir uns gut ergänzt. Ja, vielleicht war es auch zu alltäglich, dann ist es auch möglich. Vielleicht, ja, vielleicht. Ich meine, wenn der Dichter, ich meine, wenn so ein Vorfall schon passiert, dass er im Mai dich geschlagen hat, das hinterlässt ja schon Risse in einer Beziehung. Das ist ja natürlich, man hat, also das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wie gesagt, man hat nichts gemacht und da hat er sich anderen darauf entschuldigt und er hat gesagt, er liebt mich abgöttisch. Es wird ihm leidtun, aber so etwas vergisst man nicht. Das kann man nicht. Hast du jetzt Angst davor, wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, du bist 41 und vielleicht die nächste Zeit alleine sein wirst? Nee, also ich glaube, da könnte Gott weiß ja vor dem Tisch stehen. Also ich, da hätte ich, nee, im Moment sagt mir das gar nichts. Das heißt, du bist eine Frau, die steht gut im Leben und die kann auch ihre Sache alleine managen und du brauchst nicht unbedingt einen Partner an deiner Seite. Nein. Nee. Nein. Das ist doch schon mal auch gut. Nein, aber die Angst vielleicht auch davor, wieder irgendwo mal eine Beziehung einzugehen und was man erlebt hat. Und dann enttäuscht zu werden. Ja. Ja, verstehe ich. Aber ich war lockerer drauf, wo die zusammen waren, als jetzt, wo es, ich weiß nicht, auf einmal ist so eine Angst da. Ich weiß nicht, woher die kommt. Also mir ging es definitiv... Lass mich da nochmal einhaken, weil ich das nicht richtig verstehe. Du sagst, es ging dir definitiv besser, als die noch zusammen waren, als jetzt. Warum ist das so? Ja, ich kann keine Antwort drauf geben. Hast du Angst, dass du ihn wieder an die Backe kriegst? Nee, auch nicht. Aber warum ist dir das dann lieber gewesen, als so? Das könnte dir doch eigentlich egal sein. Ja, schon. Das stimmt. Aber ich weiß es nicht. Ich habe anders leben können. Also viel freier, lustiger jetzt auf einmal, als wenn. Nein. Mir ist das aber auch, wo die Sonntagabend angerufen hat und mir das gesagt hat, dass sie nicht mit ihm mehr zusammenzieht und alles... Oder ist da doch noch so eine, doch noch, doch noch viel Herzensbindung, dass er dir auch leid tut jetzt? Nee, auch nicht mal. Aber was dafür kaputt gegangen ist, dass ich diese Chance nicht gehabt habe, vielleicht doch mit ihm neu durchzustarten. Also das hat sie wirklich, sie hat von Anfang an definitiv nur ein Spiel und es ist hier so eskaliert. Also das Ganze, was sie mir eigentlich rundherum angetan hat, war von ihr schon bewusst. Gut, aber jetzt ist es ja vorbei. Jetzt hättest du ja die Chance nochmal. Du willst es ja auch nicht. Nochmal eben anzufangen? Ja. Mit ihm? Willst du ja nicht. Ich glaube auch er nicht. Ich glaube nicht, dass er wirklich, weil er hängt gefühlsmäßig noch drin, verstandsmäßig hat er es glaube ich verstanden, aber gefühlsmäßig hat er die Frau noch nicht losgelassen. Also wie auch immer, warum das jetzt so ist, dass dir es lieber gewesen wäre, dass die beiden zusammen sind, als denn so, es ist dir letztendlich auch wurscht. Und ich höre so, außer all dem, was du sagst, dass du dich ganz gut arrangieren kannst, letztendlich mit der Gesamtsituation. Dass du nicht so sehr hinterher trauerst, dass du ihn nicht zurückhaben willst und dass du dann, dass du mit beiden beiden selbst im Leben stehst. Und das ist doch eine gute Sache. Ja, allein zu. Aber es war irgendwo schöner, ja, weiß ich nicht, denen dann zu zeigen, man kommt weiter und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht jetzt auch vier Wochen, vielleicht ich, gut, das ist dann natürlich auch eine blöde Situation, dass man hier noch immer drin hängt und ich noch nicht neu anfangen konnte. Und, also die vier Wochen hätte ich noch ganz gerne gehabt, aber irgendwo, ich weiß auch nicht warum, ich kann da auch keinen Grund für finden, also das ist... Aber es geht dir nicht so schlecht und darüber freuen wir uns. Liebe Bianca, komm weiter gut durch die Zeit und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Sommergeschichten. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Dinge, über das, was euch in den letzten Wochen, in diesem Sommer 2006 passiert ist. An traurigen Sachen, an schönen Sachen, an schrägen Sachen, an lustigen Sachen, an absurden Sachen vielleicht. 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domen.atwdr.de plus eure Telefonnummer. Simone. Simone. Simone ist 37, nee 34, bitte um Entschuldigung. Nicht schlimm. Da habe ich dich fast schon drei Jahre älter gemacht. Ja. Simone. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich bin etwas ausgeregt und ich habe einerseits einen sehr schönen Sommer erlebt, weil meine Tochter zur Welt gekommen ist, was ein absolutes Wunschkind war. Wann ist die Kleine zur Welt gekommen? Mitte Juni. Mitte Juni. Mhm. Und, ja, die Geburt war etwas problematisch, war halt anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Es war erst mal zwölf Tage über der Zeit und dann wurden die Wehen halt eingeleitet und so weit so gut. Die Wehen kamen dann halt auch und es ging alles von Stätten und, ja, Einführungswehen, Presswehen und so weiter. Ja, alles gut gelaufen. Alles eigentlich gut. Herzschwöne war in Ordnung und Kopf war schon zu sehen. Ja. Und dann ging es aber irgendwie nicht weiter und die Assistenzärztin wurde dann etwas nervös und hat dann halt den Oberarzt zurate gezogen. Es war halt, ich muss dazu sagen, es war mitten in der Nacht, um ein Uhr. Ja. Und mein Mann und ich waren halt eigentlich schon, ja, ich habe halt gedacht, jetzt muss ich halt alles nochmal zusammen nehmen und dann ist sie gleich da. Mhm. 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 Ähm, das war dann aber leider nicht der Fall. Der Oberarzt kam dann halt rein und sagte mir dann halt, dass der Kopf halt gar nicht durchs Becken passt. Mhm. Mhm. Bei uns ein sehr großer Schock war, weil man beim Stand der heutigen Medizin ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass man den Kopfumfang und den Becken... Ja, ja, das vorher was. ...Innenumfang irgendwie messen könnte. Ja. 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 Gut, dann gingen die Herztöne meiner Tochter runter und ich musste halt notoperiert werden mit Vollnarkose, weil die vorher angeforderte PDR auch nicht kamen, weil die Ärzte irgendwie anderweitig zu tun hatten. Ja, und dann bin ich halt aufgewacht im Aufwachraum. Mein Mann war leider nicht im Aufwachraum. Das fand ich halt auch sehr ungewöhnlich, dass er dann nicht... Ja. ...da war, weil wir wussten halt auch nicht, was es ist. Ja. Und ich lag dann da praktisch und wusste überhaupt nicht, ob ich jetzt eine Tochter oder einen Sohn habe und mein Mann nicht da und es war alles ganz schrecklich. Gut, am anderen Morgen dann halt war alles in Ordnung. Meine Tochter war da. War wohl auf. War wohl auf, dann ging es gut und ich hatte aber starke Schmerzen im Bauch. Ja. Und mein Bauch war ziemlich aufgebläht und mein Darm war halt sehr träge und mir ging es halt ziemlich scheiße, auf Deutsch gesagt. Und, ähm... Du hast gerade am Anfang das so formuliert, meine Tochter ist gesund auf die Welt gekommen. Mhm. Als Schönes, was in diesem Sommer passiert ist. Und das hörte sich so an, wie du es formuliert hast, als wäre da irgendwas Trauriges noch gefolgt oder etwas Schlimmes. Ja, das wollte ich dann jetzt gerade noch erzählen. Ja. Also es ging dann halt, ähm, mittwochs morgens, also mittwochs nachts, besser gesagt, ist meine Tochter geboren. Mhm. Und, ähm, ich hab dann praktisch bis Sonntag, ähm, dort gelegen mit extremsten Schmerzen. Mhm. Also Schmerzen, wo ich nie gedacht hab, dass ich die überhaupt aushalten kann. Mhm. Auch stärkere Schmerzen als die Geburtsschmerzen. Wo waren die Schmerzen? Die lagen nicht an der Operation? Im Bauch. Im Bauch, einfach im Bauchraum. Im ganzen Bauch. Mhm. Ich hab dann etliche Darmrohre bekommen und, ähm, Schwenkeinläufe, um, weil die einfach, die haben gedacht, ähm, die müssen den Darm erstmal wieder in Gang bringen. Und, ähm, ja, wie sich dann, äh, letztendlich rausstellte am Sonntag, mir ging's halt immer schlechter. Ich hatte eigentlich nur noch, also ich hab eigentlich nur noch apathisch da rumgelegen, mit Schmerzmitteln vollgepumpt, weil ich es anders nicht ausgehalten hätte. Kalt, schweißig, mir lief der Schweiß so runter, ähm, und die Ärzte wussten einfach nicht, was sie mit mir machen sollten. Haben die das denn rausgekriegt dann, was, was mit dir los war? Ja, am Sonntagabend wurde dann die Chirurgie eingeschaltet. Mhm. Ich wurde dann nochmal geröntgt, was ich aber vorher auch wurde. Mhm. Und Kontrastmittel irgendwie mir gegeben wurde, was zwei Tage brauchte, bis es durchlief, ähm, was normalerweise zwei Stunden dauert. Und, ähm, ja. Was haben die rausgekriegt? Da haben sie halt gar nichts rausgekriegt. Erst am Sonntagabend wurde ich halt dann nochmal geröntgt, weil der Arzt, der meine Sektion, also meinen Kaiserschnitt gemacht hat, meinte halt, er könnte mich hier nicht länger liegen lassen. Ja. Was haben die denn dann rausgekriegt? Was war denn da schiefgelaufen? Ja, und zwar, ähm, ist mein Darm verletzt worden. Bei der, bei dem Kaiserschnitt? Ja. Ja. Mein Dickdarm halt. Ja. Und, ähm, ich musste dann halt notoperiert werden. Ach, du liebe Zeit. Und, ja, der Chirurg kam dann halt rein. Ich hatte halt Glück, weil das ist auch gerade der Spezialist für Darm-OPs und Bauchchirurgie. Das heißt, das haben die am Anfang nicht richtig, die haben es nicht richtig gemacht und haben es auch nicht gesehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Nee, und haben es bis heute auch nicht zugegeben. Das kommt auch noch hinzu. Wie lange hast du denn wieder noch im Krankenhaus gelegen, bis du wieder einigermaßen fit wurdest? Ähm, fast sieben Wochen. Sieben Wochen noch? Ja. Sieben Wochen. Ja, es ist dann noch mehr schiefgelaufen. Das heißt, so sehr lange bist du noch gar nicht raus aus dem Krankenhaus? Nee, nee, nee. Wie geht es dir denn jetzt im Moment? Äh, ja, besser zwar, aber ich bin halt immer noch sehr, sehr schlapp. Und ist es im Nachhinein nochmal was schiefgelaufen, sagst du? Ähm, ja, schiefgelaufen kann man nicht sagen. Es ist eine Folge, ähm, der Krankheit oder der es ganz ein Vorfall ist, weil ich einfach, ich hatte dann eine, also eine, durch diese, ähm, also es waren halt dreieinhalb Liter Kot in meinem Bauch. Oh, ja. Und das ist halt sehr viel, ähm, ich war dann halt dreieinhalb Tage auch auf Intensivstation noch. Also es war halt lebensbedrohlich. Der Arzt hat mir dann Sonntagabend gesagt, entweder ich operiere sie jetzt oder sie sind morgen tot. Hm. Mensch, Simone, da hast du was mitgebracht. Ja. Da hast du was mitgebracht. Und, ähm, gut, dann habe ich halt die OP hinter mich gebracht und die Intensivstation war dann halt auf, ähm, auf der chirurgischen, ähm, Station. Ja gut, was halt jetzt auch noch nebenher war, ich durfte meine Tochter nicht, ähm. Genau, das wollte ich fragen. Du liegst da so völlig schwer, schwer krank und lädiert und weißt, ich habe gerade ein gesundes Kind geboren. Konntest du es gar nicht sehen? Und du konntest du dich gar nicht, ja, du konntest dich nicht drum kümmern, natürlich nicht. Ja, ich konnte mich erstens nicht drum kümmern und zweitens durfte ich es nicht, ähm, bei mir haben. Aber konnte sie nicht mal für eine Stunde reingeschoben werden oder irgendwie? Nee, das haben die nicht gewollt, ähm, wegen den Keimen. Ach so. Aus der chirurgischen Abteilung und ich war ja bettlägerig, ich durfte ja nicht. Das heißt, du hast dein Kind erst richtig jetzt, ähm, mit dem Kind beschäftigen können, nachdem du aus dem Krankenhaus... Die letzten anderthalb bis zwei Wochen im Krankenhaus... Im Krankenhaus und dann zu Hause. Hm. Oh, weia, weia. Da hast du aber einen heftigen Sommer hinter dir, Simone. Ja. Mit, mit großem Glück und Unglück und dann wieder Glück, dass man, dass man dich wieder zusammengefrickelt hat. Ja. Und die geben, du hast gerade so angedeutet, man gibt diesen sogenannten ärztlichen Kunstfehler oder Fehler nicht zu. Hm. Ähm, habt ihr denn schon irgendwas eingeleitet, irgendwelche... Wir haben einen Anwalt eingeschaltet. Ja, das war richtig so. Weil, also, die Schwestern und die Ärzte, also die Assistenzärzte und so, die haben eigentlich alle durch die Blume durchblicken lassen, dass es halt, ähm, bei der Sektion halt passiert ist. Und ich, ähm, ich hab noch nie was mit dem Darm gehabt und ich bin ein gesunder Mensch und, ähm, ähm, auch ein aktiver Mensch immer gewesen und ich hab noch nie irgendwelche... Also liegt da auch noch jetzt eine ganze Menge Nervereien vor euch, äh, aber das finde ich sehr richtig, dass, dass ihr da einen Anwalt einschaltet und was unternehmt. Denn es waren deine Schmerzen und dein Leid, äh, und deine Ängste. Ja, ich bin in drei Wochen fünfmal operiert worden. Mhm. Und werde jetzt nochmal operiert wieder. Warum jetzt nochmal? Ähm, ich hab ja jetzt einen künstlichen Darmausgang. Mhm. Durch diese OP, weil der Dickdarm sich halt erst, ähm, wieder regenerieren muss. Ja. Dass der dann halt wieder voll funktionsstüchtig ist. Ja. Und, ähm, ja gut, Gott sei Dank wird dieser künstliche Darmausgang zurückverlegt, aber es ist eine dermaßen heftige Belastung. Mhm. Weil dadurch darf ich mein Kind, also ich darf halt nicht schwer heben. Mhm. Ich kann mich halt nicht komplett um meine Tochter kümmern. Ja. Weil ich halt, ja, ich hab halt eine Haushaltshilfe. Ja. Dann hab ich auch noch Ärger mit der Krankenkasse, weil die die Haushaltshilfe nicht mehr bewilligen wollen. Wie ist denn das Verhältnis zu deinem Mann? Sehr gut. Sehr gut. Weil du gerade ganz am Anfang deiner, deiner Schilderung, äh, so ein bisschen erzählt hast, dass du irritiert warst, dass er damals nach der, nach der Entbindung nicht in dem Aufwachzimmer war. Ja, weil sie ihn da nicht hingelassen haben. Ach so, ach so, die haben ihn nicht da hingelassen. Er hätte schon gerne gewollt. Ja, natürlich. Also er steht auf jeden Fall zu dir und hat jetzt die schwere Zeit auch gemeinsam mit dir, mit dir durchgestanden. Ja, ohne ihn hätte ich das nicht geschafft. Ist das dein erstes Kind? Ja. Dein erstes Kind. Ja, es ist halt auch ein absolutes Wunschkind. Wenn jetzt die neue, nochmal die neue OP ist und der Darm zurückverlegt wird, der Ausgang, hast du denn dann die Hoffnung, dass dann, wenn du dich dann erholst, dass alles wieder so richtig gut ist wie vorher? Nee. Nee. Warum nicht? Ja, mein Bauch ist dermaßen vernarbt. Ich kann mich also nicht angucken. Oder halt in Tränen, halt in Tränen auszubrechen. Ja. Es ist halt nur eine halbliche psychische Belastung. Ich bin eigentlich, ich habe eigentlich eine super Figur und bin eigentlich ein sportlicher Mensch und habe eigentlich immer einen schönen, straffen Bauch gehabt. Ich meine jetzt mal, ich will das nicht niedersprechen, nicht, dass du mich falsch verstehst. Ja. Abgesehen von dem, von dem, dem kosmetischen Aspekt, ist es innen drin, wieder alles gesund dann? Das ist abzuwarten, ne? Also, es ist natürlich so, also meine Lunge ist halt betroffen, meine Nieren, die haben sich aber mittlerweile wieder erholt, meine Leber. Unerlaublich, dreieinhalb Liter Kot im Bauchraum. Ja. Da kann man sich das Laie ja schon vorstellen, wie lebensbedrohlich das Ganze war. Ja, es war halt wirklich knapp, ne? Hast du einen Schutzengel gehabt? Ja, scheinbar. Oder die Kleine wollte, dass die Mama auf jeden Fall für sie da ist und dass die Mama bei ihr ist. Ja. Liebe Simone, ich danke dir für das Vertrauen und für die Schilderungen, die du, die wir gerade gehört haben und wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, ich glaube, ich kann im Namen aller sprechen, die uns jetzt zuschauen und zuhören, dass es dir dann doch wieder richtig gut gehen wird und dass du vielleicht auch durch irgendwelche, wenn alles in Ordnung ist, vielleicht durch einige kosmetische Eingriffe auch das Optische vielleicht etwas regulieren wirst können. Aber das ist ja erst mal das zweite Problem. Das erste Problem ist, dass du richtig gesund und fit werden musst. Ja, und das werde ich wohl erst, wenn der Ausgang zurückverlegt ist. Kann man dann erst sehen und muss man abwarten. Ja. Alles Liebe, alles Gute und schönen Gruß an deinen Mann. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Miriam ist hier. Miriam ist 21. Genau, hallo. Hallo Miriam. Heute ist Frauentag. Heute rufen nur Frauen an, sehe ich hier. Ja. Zumindest habe ich bisher nur mit Frauen gesprochen, aber das ist ja auch sehr schön. Ja. Miriam. Ja, deine Sommergeschichte. Meine Sommergeschichte, ja, ist ein bisschen dramatisch, würde ich meinen, also zumindest für mich. Weil, ähm, es ging eigentlich darum, dass ich mich letztes Jahr schon von meinem Ex-Freund trennen musste. Allerdings nicht von meiner Seite aus, sondern von seiner Seite aus. Und, ähm, eigentlich ohne großartige Erklärungen. Und dann hatte ich ihm dieses Jahr im Juli eine SMS geschrieben und ihm halt gesagt, dass ich immer noch so viel empfinde, wie es halt letztes Jahr noch war. Obwohl ihr ein Jahr schon getrennt wart. Richtig. Und er dich verlassen hat ohne große Begründung. Richtig. Wie lange wart ihr denn vorher da zusammen gewesen? Ja, das ist ja der Witz. Wir waren nicht besonders lang zusammen. Also das waren gerade mal sechs Monate. Ja. Aber die waren sehr, sehr intensiv und es war, ja, es war nicht so, als würden wir uns seit einem halben Jahr erst irgendwie so nah sein, sondern schon seit, weiß ich nicht, seit fünf Jahren oder länger. Und das war halt etwas, ja, sehr, sehr Besonderes. Und ich schätze ihn auch immer noch sehr und ich liebe ihn halt immer noch. Und dann kam auf einmal eine SMS von ihm, in der entstand, ähm, ja, liebe Miriam, es ist schön, nette Worte zu hören. Ähm, allerdings weiß ich jetzt, warum ich mich damals so seltsam verhalten habe. Und dann kam, ich habe mich in einen anderen Mann verliebt und wir leben glücklich zusammen in Kreuzberg. Ach. So. Jetzt einfach mal, ich rekapultiere nochmal. Der hat sich voriges Jahr einen Typ verknallt, hat es dir nicht gesagt, lebt mit dem jetzt zusammen. Richtig. Dann hast du ihm eine SMS dieses Jahr geschickt, dass du noch Gefühle hast und daraufhin hat er das zurückgeschrieben. Richtig. So habe ich es, ja, da habe ich es richtig verstanden. Richtig. Und, ähm, weil ich ihm halt geschrieben hatte, dass ich seinen Wunsch respektiere und auch akzeptiere, aber dass ich halt jetzt nicht drum rumkomme, ihm einfach mitzuteilen, wie ich mich fühle und wie es mir geht. Richtig. Und, ähm, dass er mir das nicht verübeln soll, dass ich mich jetzt einfach so bei ihm melde, ähm, so wie ich es ihm auch nicht verübele, dass er einfach mal der Meinung war, ja, wir trennen uns dann jetzt mal. Und das war total überraschend, weil wir hatten uns nie gestritten, aber wirklich nie. Es war alles vollkommen in Ordnung. Und von einem Tag auf den anderen beendet er das Ganze ohne großartige Erklärungen. Jetzt hast du die, 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 die Nachricht erfahren, dass er mit einem Mann zusammen ist. Richtig, durch eine SMS. Durch eine SMS. Ich meine, das war für dich wahrscheinlich auch erstmal ein Hammer, eine Hammerinformation, oder? Es war ein Schock. Ich stand in meinem Haus und bin beinahe zusammengebrochen, ehrlich gesagt. Hast du spontan reagiert? Hast du zurück, hast du angerufen oder was hast du gemacht? Ich war, ich war viel zu geschockt. Ich konnte gar nichts machen. Ich bin in meiner Wohnung dann irgendwie auf wackeligen Beinen und hab dann erstmal die Tür zugemacht, bin dahinter zusammengesackt und dachte mir, das kann nicht wahr sein. Das geht nicht. Der Mann, den du über alles liebst, immer noch, das geht einfach nicht. Hast du denn dann bis heute mit ihm irgendwo mal Kontakt gehabt? Nee, gar nicht. Gar nicht? Ich würde das irgendwie so gerne, aber ich weiß nicht, wie ich mich jetzt ihm gegenüber verhalten soll. Wann kam diese SMS? Die SMS kam am 17.07. Am 17.07. Und seitdem ist nichts mehr passiert an Kommunikation zwischen euch beiden? Nein, weil, also ich hätte es gern getan, das Problem ist bloß, ich weiß nicht, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Weil, ich meine, ich freue mich, dass er glücklich ist. Er hat mir auch gesagt, dass er sehr glücklich mit ihm ist und es liegt mir sehr am Herzen, dass er glücklich ist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Sag mal, du sagst, diese Zeit war sehr intensiv damals mit euch beiden. Hast du den da irgendwie so ein bisschen gewittert, dass er vielleicht auch einen Hang zu Männern haben könnte oder gar nicht? Also eigentlich überhaupt nicht. Auch im Bett, sexmäßig lief es richtig gut. Extrem gut. Extrem gut, ja. Es war überhaupt, es war nicht mal ansatzweise daran zu denken, dass er irgendwie Männer so attraktiv finden könnte, dass er irgendwas mal mit einem Mann anfängt. Er hat auch nicht erzählt, dass er früher vielleicht mal irgendwie meine Erfahrungen gemacht hat. Nee, gar nicht. Das war gar kein Thema. Nee, ich wusste nur, dass er eine Ex-Freundin hatte oder hat, die ein absolutes Biest war und die viel bei ihm kaputt gemacht hat. Und dementsprechend dachte ich erst, dass er sich deswegen von mir getrennt hat. Und dann erfahre ich dieses Jahr am 17.07. Am 17.07. Dass er mit einem Mann lebt. Und das Schlimme ist, wir sind sozusagen jetzt fast Nachbarn. Wir haben ja vorher ziemlich weit auseinander gewohnt. Und jetzt ist er ja... Das heißt, er kann ja über den Weg laufen, zufällig. Jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, kann er in meiner U-Bahn sitzen. Und das Schlimme ist, den einen Tag hatte ich mich mit einem sehr, sehr guten Freund von mir getroffen auf dem U-Bahnhof-Kochstraße. Und ich stieg aus der U-Bahn und dann sagte er zu mir, du, ich habe fünf Minuten, bevor du hier angekommen bist, habe ich Kevin mit seinem neuen Freund hier langlaufen sehen. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen. Weißt du, dann wäre es ja vielleicht doch, wenn du das schaffst, vielleicht gar nicht schlecht, mal ein Gespräch mit ihm zu führen, um dir einfach diese Angst auch aus dem Kopf rauszunehmen, ihn eventuell zufällig zu treffen und dann plötzlich wie geschockt auf der Straße zu stehen. Schaffst du das, dich mit dem zu unterhalten? Bist du stark genug dafür? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil das Problem ist ja, letztendlich, wenn er jetzt mit einer anderen Frau zusammen wäre, dann würde ich mir einfach nur denken, boah, diese, weiß ich nicht was, ja, ich würde sie, glaube ich, einfach nur nicht aufstehen können. Und jetzt war... Pass auf, lass mich was sagen, ich gucke gerade auf die Uhr, unsere Sendung ist nicht mehr so lang, damit ich noch die Chance habe, das zu sagen. Man weiß ja nicht, was in dem Burschen von dem Jahr vorgegangen ist. Vielleicht war der auch sehr unsicher und war sich seiner Gefühle und seiner Orientierung auch nicht sicher. Ja. Vielleicht wäre es für dich wirklich hilfreich, dich mit ihm zu treffen mal alleine und er soll dir das mal erklären. Der Schmerz bleibt vielleicht, natürlich, aber du kannst ihn dann besser nachvollziehen, was da war. Er wird es sicher nicht aus Bosheit getan haben, um dich zu verletzen. Er war vielleicht auch völlig verwirrt in seinen Gefühlen. Das nehme ich schon an. Ja, und wenn man dann mal miteinander geredet hat, kann sich das vielleicht sogar harmonisieren. Und wenn ihr euch auf der Straße trefft, dann ist das nicht so schlimm wie jetzt. Wenn ihr euch jetzt einfach so mal auf der Straße trefft, dann ist es blöd. Dann ist es völlig verkrampft und man weiß nicht, was man sagen soll und dir sticht, du kriegst einen Stich ins Herz und so weiter. Wenn du es irgendwie hinkriegst, fände ich das gut, wenn du dich mit ihm alleine mal treffen würdest. Auf einem Kaffee irgendwo und einfach mal quatscht. Ich weiß nicht, ob ich da den Mut finde, aber das habe ich halt auch überlegt. Ja, aber schon als Vorsorge, wo ihr da so eng zusammen wohnt, weißt du, um einfach den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und vielleicht auch einfach, um den Jungen zu kapieren, was da voriges Jahr in dem vorgegangen ist. Ja, vor allen Dingen. Ich meine, er ist mittlerweile 30. Ach so, dann sage ich, der Junge. Ich muss leider Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Aber ich habe das Nötigste, glaube ich, gesagt, was ich denke. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. In der Technik war heute Nacht Volker Take. Wir sind morgen wieder da.